Der US-Bundesstaat Tennessee hat ein neues Gesetz verabschiedet, das Geoengineering und Chemtrail-Aktivitäten im Bundesstaat verbietet. Bereits am 18.03.2024 stimmte der Senat mit 25 zu 6 Stimmen für die Gesetzesvorlage Senate Bill No. 2691, die am 01.04.2024 auch vom Kongress mit 70 zu 22 Stimmen abgesegnet wurde. Somit tritt das restriktive Gesetz, das Verstöße mit 10.000 US-Dollar pro Tag unter Strafe stellt, zum 01.07.2024 in Kraft. Das gesetzliche Verbot von Geoengineering in Tennessee ist ein erster wichtiger und mutiger Schritt, der belegt, dass es sich bei Chemtrails eben nicht um eine behauptete Verschwörungstheorie handelt. Denn wenn es keinen Handlungsbedarf gäbe, bräuchte es auch keinen restriktiven Gesetze. Zudem zeigt das Beispiel Tennessee, dass man sehr wohl etwas tun kann gegen eine monströs erscheinende, unerreichbare Übermacht, die skrupellos über den Köpfen der Menschen das Wetter manipuliert, wie sie will. Als eher kleiner US-Staat ist Tennessee von der Fläche her mit 109.151 Quadratkilometer über 87 Mal kleiner als die Gesamtfläche der USA. Circa 400 Meilen lang und gerade mal 100 Meilen breit. Er grenzt aber gleich an acht Nachbarstaaten an. Wenn auch diese dem Beispiel ihres mutigen kleinen Nachbarn folgen, wäre schon eine Verbotszone für Chemtrailflüge von der beachtlichen Größe von 1,2 Millionen Quadratkilometer erreicht. Und genau dieser Prozess der bundesstaatlichen Eigeninitiative ist in den USA bereits im Gang. So haben auch Minnesota, Pennsylvania und andere US-Staaten bereits ähnliche Gesetze wie in Tennessee auf den Weg gebracht, um gegen das überstaatlich organisierte Geoengineering vorzugehen. Bereits Anfang 2023 verkündete das mexikanische Umweltministerium in Absprache mit dem Nationalen Wissenschafts- und Technologierat des Landes ein Verbot zur Ausbringung von chemischen Aerosolpartikeln in die Atmosphäre. Nachdem ein US-Startup-Unternehmens namens Make Sunsets, zu deutsch mache Sonnenuntergänge, seine Wettermanipulationsversuche ohne jegliche Erlaubnis, sprich illegal, auf der mexikanischen Halbinsel Baja California begonnen hatte. Sowohl groß angelegte als auch in der Entwicklung befindliche Projekte zur Sonnenverdunklung sind nun in Mexiko offiziell verboten. Ziel der neuen Politik ist es, Gemeinden und Umwelt zu schützen. Die toxischen Nanopartikel der Aerosole wie Schwefel- und Aluminiumoxid müssen nun in den USA verbleiben, wo sie eigentlich von der Herstellerindustrie fachgerecht und daher teuer entsorgt werden müssten. Zeigt sich hier nicht ein umfangreiches Umweltverbrechen internationalen Ausmaßes, das im Namen des Klimaschutzes tatsächlich das Klima manipuliert und dabei tonnenweise giftigen Industriemüll illegal entsorgt? Und wäre diese interessante Entwicklung nicht eigentlich ein brandheißes Thema auch für die europäische Politik und die Leitmedien? Während also in der amerikanischen Hemisphäre das Thema Chemtrails und Geoengineering schon länger in der Öffentlichkeit thematisiert und bereits gesetzlich bekämpft wird, findet dies in Europa, insbesondere in Deutschland, kaum statt. Hier sind es die zwangsfinanzierten Systemmedien offensichtlich gewohnt, unerwünschte Informationen und Themen weiter in die Ecke der Verschwörungstheoretiker zu verbannen, um einen öffentlichen Diskurs und berechtigte Kritik an bestimmten Maßnahmen zu unterbinden. Im Falle von Chemtrails und Geoengineering geschieht dies geradezu gebetsmühlenartig. So schrieb T-Online nach dem beachtlichen Vorstoß von Tennessee folgendes. Ein neues Beispiel, was in den USA alles möglich ist. Der Start Tennessee will Chemtrails verbieten. Das wird sicher ein Erfolg, denn es gibt sie gar nicht, behauptet die Online-Autorin Simone Raphael. Selbst nach den sinnflutartigen Regenfällen vom 16.04.2024 in dem Wüstenstaat der Vereinigten Arabischen Emirate leugneten die hiesigen Systemmedien jeglichen Zusammenhang zu entkleisten Wettermanipulationen. Und dies, obwohl derartige Praktiken selbst von den Saudis und den Emiraten offen zugegeben wurden. Zunächst. Mittlerweile scheint auch in Dubai, der unter dem Starkregen massiv betroffenen Wirtschafts- und Touristenmetropole, eiligst eine staatliche Pressezensur verordnet worden zu sein. Denn das Nationale Zentrum für Meteorologie dementierte im Nachhinein plötzlich jeden erklärten Zusammenhang, den es zuvor noch gegenüber dem US-amerikanischen Medienunternehmen Bloomberg offen zugegeben hatte. Demnach wurden am 14. und 15. April in sieben Intervallen Flugzeuge eingesetzt, um Wolken über der Wüste mit Silberjudi zu behandeln. Als Resultat dieses Vorgehens erlebte Dubai am 16. April den stärksten Regenfall seit Beginn der Wetteraufzeichnung vor 75 Jahren. Mit rund 150 Liter Regen pro Quadratmeter regnete es innerhalb von 24 Stunden mehr als sonst im ganzen Jahr. Zahlreiche Straßenzüge und die U-Bahn der Millionenstadt standen unter Wasser. Auch der Flughafen wurde aufgrund des ungewöhnlichen Starkregens überschwemmt. Auch im Nachbarland Oman gab es massive Überschwemmungen mit Todesfällen, darunter viele Kinder. Das Klima in Dubai ist sonst in aller Regel sehr verlässlich, sehr trocken. Dies belegen auch die Wetterdaten für den Zeitraum 1991 bis 2020 mit einem Jahresdurchschnitt von 79,2 Millimeter Regen, also knapp 80 Liter pro Quadratmeter. Sollte im Fall Dubai also einer durstigen Millionenmetropole mit ihrem schnell wachsenden Bedarf an Trink- und Nutzwasser durch gezieltes Geoengineering geholfen werden? Wobei sich die ausführenden Akteure offenbar etwas verschätzt haben? Diese Auffälligkeiten akribisch nachzugehen, wäre eigentlich die Aufgabe von verantwortungsvoller Politik und echtem Journalismus, der in den sogenannten Qualitätsmedien fast nicht mehr zu finden ist. Stattdessen behaupten Faktenfinder wie Wolf-Roberter von Tagesschau.de, menschliche Wettermanipulation wie Glau-Zieding habe in Dubai keine Rolle gespielt. Dies seien Gerüchte und typische Verschwörungsideologie. Hier stellt sich die Frage, ob Journalisten wie Robert ihre Aussagen zuvor gründlich selbst überprüft und nachrecherchiert haben, oder ob sie vielmehr auftragsgemäß Behauptungen veröffentlichen, die jeglicher Gültigkeit entbehen. Dies wäre eine gezielte Täuschung der Öffentlichkeit und somit ein Straftatbestand. Kehren wir abschließend noch einmal zurück zum aktuellen Vorbild Tennessee. Dort gilt es nun, nach der erfolgreichen Verabschiedung des neuen Gesetzes auch eine effektive Strafverfolgung einzusetzen, die Verstöße gezielt ahndet. Herausforderung und Chance zugleich, denn schließlich können dadurch auch ganz neue Arbeitsplätze geschaffen werden. Begleitet durch eine wachsame Berichterstattung freier Medien werden immer mehr Staaten dem Vorbild Tennessees folgen und so ein flächendeckendes Verbot von überstaatlichem Geo-Ingenieuring erreichen. Schließlich muss es auch zu einer weltweiten juristischen Aufarbeitung dieses internationalen Umweltverbrechens samt Entschädigungen durch die Verursacher für die betroffenen Länder und Menschen kommen.